so das ist jetzt ein video fürs internet für youtube das heißt keine fremden personen drauf keine leute drauf die das nicht wollen nur ich und das meer hallo youtube hier bin ich ja hier am meer heute on tour am meer ja ich weiß nicht ob man mich hört weil hier ist ein bisschen laut ich habe versucht im meer zu sagen soll ein bisschen leiser sein aber es geht es hat sich nicht dran gehalten also ich hoffe man hört mich das meer hat einen nachteil meine nase läuft total aber naja youtube das ist das meer nordsee sankt peter ording ich kann euch gleich noch mal das reingeritzte zeigen da hinten sind zwei balken ich weiß auch nicht warum die da stehen wir müssen ein bisschen das mehr im auge behalten weil irgendwann soll die flut kommen hier sehen wir ein paar muscheln hier algen muscheln das sind die offizielle muscheln die ich hier für youtube wo ich gesammelt habe die offizielle youtube muscheln ich könnte sie auch ich könnte sie auch verlosen nein quatsch ich mach keine verlosung ich kann hier ein paar muscheln noch einsammeln hier ganz schöne viele muscheln denn noch viele schönere gefunden aber ich wollte jetzt noch euch auch ein paar einsammeln hier also ich werde mal gucken wenn sie auf der rückfahrt noch ein paar videoteile macht das zusammen schneiden werde und dann ja das war es für euch hier das waren zwei minuten ich das mal war ja gut zwei minuten jetzt sind es mehr wie zwei minuten naja egal das war ich zwei minuten und 15 sekunden oder so oder zehn sekunden also das war dann hier und wo macht's gut bis dann